wer direkt rammt so ein keck was für skill alter ich wurde weggerammt habe irgendeine aus dem rennen gekickt nice kapsparten so muss das so gehört sich das ist nur das oval da hinten ist noch mehr von der strecke fährt man dann im die switch kannst du auch aufnehmen war zum mario kart zocken hat sich gerammt werden keine ahnung wie die darin ausseht schon so lange her ich brauche mich nicht der zentono typ aller direkt erst mal absturz ja 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 wally perfekt weit geflohen ja ja Ihr habt's geseeht! Jawohl! Aschbombeee! Oh du Assi! Du asoziales Geht! Wir machen das. Wir räumen das Feld von hinten auf. Steig dran, Alter. Er hat's fast mitgehauen, oder? Mein Pingo, verpiss dich mit dem Shake is McLaren, Alter. Jaaaa... Digga, V-Mann. Wie einfach auf seiner Seite gelandet wird. Wer ist hier der coolere Stuntman? Ich! Hast du das gesehen? Oh, oh, auf Wiedersehen. Oh, hat er Schwein gehört. Pingo ist verdient. Karma is a bitch. Hör auf zu rammen! Ey! Janne, ey! Du bist so ein inkompetent Stück Scheiße! Ohne Witz! Rappt der mit Absicht, oder was? Weißt du, er nimmt Windschatten, rammt mich. Weil man, wenn man einen Windschatten nimmt und dann rammt, fiegt man automatisch raus. Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Und die ganze Zeit nebeneinander! Ey, ne, ey. Oh, 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 oh! Du hast mich aber fast misshandelt hier. Ey, ne. steinagel alter ich bin ja jetzt zweimal hintereinander hängen geblieben ja wie gesagt die haben da also der t20 kann sein wenn das auto zu tief ist rockstar editor ist schon immer so ein bisschen krüppelig gewesen ich bin da immer gut durch gekommen eigentlich also mit dem t20 platz zu hängen aber du hast halt durch den eilradantrieb genug leistung der ist am anfang auf mich gesprungen ich glaube das war ich nicht dafür wo ich lande alter kann ich beeinflussen weiß nicht wann der erste sprung war da glaube ich da bin ich auf irgendwem gelandet oder unterhalte ich weiß ja nicht alle ging alles durchgeknallt du hast mich zweimal hintereinander gerammt hier scheiß crasher alle beide wieder hier ist Prozent 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 und so was soll ich machen es wird nicht gerammt werden und ich dann in dich rein fliege hoffentlich hat sich der scheißback selber gepatcht alter da gibt der Dislike da ich komme dir gleich durchs Headset du Mongo Birne die Gewohnheit ruft deine ist noch gegangen danach ist einer auf mich und nach so mit Stein Drache hast du gesehen das kann auch funktionieren auf der Engpassage nebeneinander gefahren ach nee wir etwa de-abonnieren Dislike und defavorisieren vor allem weißt du was ist das für eine Konfiguration wieder ich weiß es halt nicht okay da dürfen wir nicht lang ist noch nicht wegfliege nein jawohl auf Wiedersehen Alter ich sehe nur Klappspart nur fliege oh scheiße Walli nein Walli Walli ja hier sind überall so ein paar Kanten drin Alter ich keine Ahnung vielleicht muss man neue bauen schade dass es nicht so ein Multi äh Dings gibt ey wie bei Mario Maker ne dass man zusammenbauen kann ey oh nicht schon wieder Walli Alter oh ja geil ich mach den auch flacher als er ohnehin vorne schon ist das kann man doch nicht ach so ich dachte man kann hier bei mir geht ja nicht nein ich meine Mario Maker Mario Maker geht ich weiß jetzt nur nicht ob da doch auch dahingehend gefährlich gefährlich es ist so eng ich hab gebremst damit ich nicht an ihm vorbeifahrt jetzt hat es geknallt das gibt's nur selten in GTA gibt mir direkt die Medaille oh boah hier muss man auch richtig fliegen Alter sonst lang ist ja tschüss Walli oh noch einer ja blub ihr müsst euch bei dem Sprung ein bisschen rechts halten weil ich glaub da ist da nicht so ich hab da Auge gemacht nicht so richtig oh shit ich hab da schon wieder ein Hack gemacht von hinten naja hab der hat gesehen scheiß EMP Attacke wieder man kennt ihn ja ich hab die auf sollst du doch für den Heiß aufheben und nicht hier von Ballern ein EMP ich hab die äh ich hab die äh aus HotPerson Cloud in den EMP ich werd auch gleich nah geboren haha HotPerson Alter dieses aufholen Alter es drosselt die Kamera so haut runter ja zu Recht du Cheater jetzt kommt erstmal in die ass Alter jetzt spiel ich mal GTA Modus komm her du lass mich jetzt vorbei ja Alter weißt du Nein 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 Blutblutblut oh nein oh ja oh ja Mann ey Tschüss alle Fliegen ach man war noch nicht mal absicht ja 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 ich bin einfach neben dir ein bisschen damit ich nicht da links rüber fliege aber ach so ein keck t20 alter direkt anzünden die dreckskarre gucken wir uns mal den crasher an hier du bist so ein keck alter ich werde den niederen sub giften der ist ein was ehrlich weil die sollen hier jan meine ich jan ist gerade erst mal schon runtergefallen ja weil er mich gerammt hat oh ja fliegt der crasher weg und wieder daneben digga passt noch ich habe fünf hunderttausend dollar damit wird es bestimmt viel schneller sein als wir ja hier habe ich mir damals ergelischt ja meine fünf milliarden wurden damals auf ps3 weggenommen ja aus frist erst mal ne aus dem prinzip einfach geglitscht na dann habt ihr jetzt davon ich kann es sogar begründen warum weißt du musst dir vorstellen ja weil ich mir ein unlock all gekauft habe nein nein ich war level 12 dann hat jemand kopfgeld so aber das kopfgeld von dem war hier gemordet so habe ich den gekillt und was passiert und vor allem habe ich fünf wir haben bekommen fünf milliarden herr leute sehen wir ja schon wieder ich habe den jahren hier gefährlich soll ich bei ihr soll er büßen oder er setzt sich vor einem richtig dreist der typ da legt sich aber mit dem richtigen an hier oh nein ich hätte sie nur nicht wollen mit dem wünsch hatten und deshalb das ist eine andere konfiguration bevor die runde endet geht es in den ich kann mir ja dran erinnern an hätten wusste die ganzen stand bau dinger noch gar nicht gab ja noch mit mit dem ganz normalen gta ja alter warum muss es keine ahnung wie johnny da hingekriegt hat aber irgendwie hat es mich voll weg geflext er ist einfach nur über mich übergeflogen magisch und johnny voll brainhaft kaffert da links er guckt halt nicht wo der checkpoint irritiert so auf einer juli geht weiter nein 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 ich will hier einfach nur richtig landen komm oh nein ich hab's nicht geschafft ich bin so ein keck ja jetzt sind wir auf der anderen konfiguration wieder von vorhin genau so läuft das hier das war der sinn der sache eigentlich ja hier ist tatsächlich lol voll verbuggt irgendwie da müsst ihr aufpassen bei diesen 14 dingen keine ahnung wo das herkommt wenn euer auto zu tief ist bleibt ihr hängen bleibt ihr hängen ja ja jo ok ja da muss ja alter diese kanten nee die ist geil ne ich weiß auch nicht wie die da hinkommen normal hat er halt einfach nur eingerastet blockstale kanto du siehst hier überall diese grafikfehler wo die kanten ansetzen scheiße gemacht kannst du die im nachhinein nochmal bearbeiten ja ja muss man probieren vielleicht kriegst du es ja hin dass die gereworked sind aber halt schweizer schweizer aus dem letzten abflug nach als wäre ich fast rechts gefahren ist du überhaupt denn deine bewertung von dem rennen schon oder wählst du die wenn du jetzt überarbeitet keine ahnung eigentlich müsste die bleiben eigentlich ne oder auch nicht kein kapp sparten hat irgendwie unglück hier die ganze alter schweizer johlen kapps ist so ein keck alter ja um zurück auf die andere konfiguration zu kommen alter er ab würde ich mal abflug stein daran mich weggeklatscht eiskalt eiskalt runtergeschubst ooooh das ist eine ganz fiese kante oh alter oh fuck deshalb sagt die polizei man darf nicht so zu tief waren naja wegen GTA im real life jetzt wissen was fliegen wir uns ausgerechnet gegen ich habe mich teilweise echt nur gerettet durch die überschläge nicht gemacht habe durch die überschläge ja als dann bin ich irgendwie zu weit nach rechts oder links geflogen ne und dann habe ich einfach einen überschlag so pro äh in dem sprung rauf produziert dass ich einfach auf der strecke weiterhin lande zwar auf dem zerfallschirm aber egal aber oh klopp sparten schild sein lehm hier unten am strand schildern 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 schildern